In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Ebene von der normalen Form in die Parameterform umformen oder umwandeln kann. Bevor wir gleich ein paar typische Beispielaufgaben anschauen, will ich zwei, drei wichtige Grundlagen in Erinnerung bringen. Grundlagen, die unverzichtbar sind bei dieser Umformung. Wenn ihr in Sachen Grundlagen fit seid, dann könnt ihr gerne diesen Abschnitt auch überspringen und unten auf der Zeitlinie gezielt zu den Beispielaufgaben springen. Weil wir von der normalen Form in die Parameterform umformen möchten, ist es natürlich wichtig, dass wir uns als erstes an den Aufbau dieser Gleichungen erinnern. Fangen wir doch an mit der normalen Form. Die normalen Form sieht allgemein so aus und was wichtig ist von links nach rechts, ist euch daran zu erinnern, dass dieses Kleinvektor P eigentlich der sogenannte Stützvektor ist und Vektor N ist natürlich der normale Vektor. Wenn man sich so eine Ebene vereinfacht im Raum vorstellen möchte, dann am besten als Parallelogramm, wie hier unten dargestellt. Der Stützvektor ist eigentlich ein Ortsvektor, also ein Verbindungsvektor zum Koordinatenursprung und den kann man sich vereinfacht als ein Punkt oder ein fester Punkt in dieser Ebene vorstellen. Und ausgehend von diesem Punkt aus kann man sich auch den Normalvektor oder diesen normalen Vektor vorstellen, der natürlich orthogonal zu dieser Ebene steht. Die Parametergleichung sieht entsprechend so aus und auch hier gehen wir von links nach rechts und fangen dann natürlich wieder mit diesem Kleinvektor P. Das ist ebenfalls der Stützvektor dieser Ebene und die Vektoren und V sind die sogenannten Spannvektoren, weil sie die Ebene aufspannen. Wenn wir uns so eine Ebene im Raum vereinfacht vorstellen möchten, dann am besten wieder als Parallelogramm. Mit dem Stützvektor verfahren wir genauso wie vorher und die zwei Spannvektoren könnten zum Beispiel so aussehen. Das sind irgendwelche zwei Vektoren, die keine Vielfache sind, also nicht kollinear und in dieser Ebene liegen. Eine letzte Grundlage, die für uns noch von Bedeutung wäre, wäre das Skalarprodukt. Und zwar an dieser Stelle müssen wir uns an einen Sonderfall des Skalarprodukts erinnern. Die Tatsache, dass man mithilfe dieses Produkts die Orthogonalität von zwei Vektoren nachweisen kann. Damit ist natürlich gemeint. Also, wenn zwei Vektoren miteinander skalarmultipliziert 0 ergeben, dann kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass diese zwei Vektoren aufeinander orthogonal sind. Und diese Tatsache werden wir genau umgekehrt benutzen. Also, wenn zwei Vektoren aufeinander orthogonal oder senkreis sind, dann ist deren Skalarprodukt 0. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso das die erste und nicht die einzige Beispielaufgabe ist, lautet die Antwort, weil es drei Situationen gibt. Diese erste Beispielaufgabe gehört natürlich zu der ersten Situation und die Anzahl der Situationen hat mit der Anzahl der Nuller im normalen Vektor zu tun. Bei dieser Aufgabe gibt es gar keine Null im normalen Vektor. Als kleine Hilfestellung gibt es hier nochmal die zwei Formen dargestellt. Und weil es die erste Beispielaufgabe ist, wäre es nicht verkehrt, wenn wir uns als kleine Planskizze vorstellen, was gegeben und was gesucht ist. Wie wir vorher schon gesehen haben, können wir uns so eine Ebene als Parallogramm vorstellen. Wobei der Stützvektor ein Punkt in dieser Ebene ist und der normalen Vektor orthogonal zu dieser Ebene steht. Und diese zwei Vektoren kann man auch ganz gut an unserer Ebenengleichung links erkennen. Um die Parameterform aufzustellen, brauchen wir natürlich die zwei Spannvektoren U und V. Und weil dieser normale Vektor orthogonal zu der Ebene steht, wird er auch orthogonal zu beiden dieser Spannvektoren stehen. Oder anders gesagt, das Skalarprodukt zwischen N und beide dieser Vektoren wird Null sein. Und genau das können wir auch als Ansatz für unsere Rechnung nutzen. Ich blende es nochmal links ein. Also N mal U muss Null sein und N mal V muss Null sein. Und jetzt können wir mit der Rechnung loslegen. Also, nach unserem ersten Ansatz, N mal U, werde ich natürlich für N, 2, 1, 3 schreiben. Und Vektor U, da lasse ich im Moment noch frei. Der ist unbekannt. Und natürlich müssen wir als Ergebnis für dieses Skalarprodukt Null am Ende haben. Die Frage, die sich stellt, ist, wie wählen wir die Zahlen für U, so dass das Ergebnis Null ist? Ganz einfach. Wir wählen für eine dieser Koordinaten Null. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel für die unterste Koordinate, für die dritte Koordinate Null wählen. Und die anderen zwei Koordinaten vertauschen wir. Wobei wir bei irgendeiner dieser Koordinaten dann das Vorzeichen umdrehen. Zum Beispiel bei der 2 statt 2 schreibe ich Minus 2. Und wenn wir das jetzt zur Probe ausrechnen, dann haben wir 2 mal 1 plus 1 mal Minus 2. Und am Ende noch plus 3 mal Null. Und tatsächlich, wenn wir das alles zusammenfassen, dann kommt Null raus. Das bedeutet, diese zwei Vektoren sind schon aufeinander orthogonal. Genauso verfahren wir auch mit der nächsten Rechnung. Also, ich schreibe wieder diesen normalen Vektor hin. 2, 1, 3. Und schon die Vorlage für Vektor V. Natürlich müssen wir jetzt an einer anderen Stelle die Null wählen. Ich wähle es jetzt an der ersten Stelle. Und vertausche die anderen zwei Koordinaten. Also, hier die 3, hier die 1 und bei einer dieser Koordinaten drehen wir wieder das Vorzeichen um. Zum Beispiel bei der 1 machen wir eine Minus 1 und rechnen es aus zur Probe. Also, 2 mal 0 plus 1 mal 3 und am Ende noch plus 3 mal Minus 1. Und wenn wir das zusammenfassen, kommt natürlich wieder Null raus. Das heißt für uns, jetzt können wir endlich die Parametergleichung oder Parameterform aufstellen. Also, wir fangen an mit Vektor X ist gleich. Unser Stützvektor, das klauen wir von oben, von unserer normalen Form. Das ist dieser 1, 4, 5. Das können wir einfach nur abschreiben. Und dann entsprechen die zwei Spannvektoren. Also, S mal der erste Vektor, den wir rausbekommen haben, 1, Minus 2 und 0. Und dann plus T mal unser zweiter Vektor, der hier 0, 3, Minus 1. Und damit ist die Ebene in Parameterform schon fertig. Und hier ist unsere zweite Beispielaufgabe. Wenn ihr jetzt unsere normalen Form links genauer anschaut, dann merkt ihr eine Null in diesem normalen Vektor. Und deshalb ist das eine Aufgabe für die zweite Situation. Die Lösungsansätze ändern sich überhaupt nicht. Also, N mal U muss 0 ergeben und N mal V muss natürlich 0 ergeben. Und wir legen wieder mit der Rechnung los. Also, N ist diesmal 0, 1, 3. Und für diesen Vektor U bereite ich wieder so eine Vorlage. So, jetzt ist die Frage, was wählen wir denn diesmal für Zahlen? Na, ganz einfach. Weil 0 an erster Stelle steht, könnt ihr praktisch irgendeine Zahl auf der gleichen Höhe beim Vektor U wählen. Ich entscheide mich jetzt einfach hier für eine 1. Und die anderen zwei Zahlen tun wir genauso mit der gleichen Taktik wie bei der ersten Beispielaufgabe vertauschen. Und bei einer dieser Zahlen drehen wir das Vorzeichen um. Zum Beispiel bei der 3 machen wir den Minus 3. Zur Probe rechnen wir das Ganze nochmal aus. Also, wir haben dann 0 mal 1 plus 1 mal minus 3 und plus 3 mal 1 ist gleich 0. Also, das hat gepasst. Und jetzt nochmal 0, 1, 3 mal und jetzt kommt Vektor V. Also, wir haben an dieser Stelle gesagt, wir können oben wählen, was wir wollen. 0 mal irgendwas ergibt immer 0. Also, nehme ich eine 4 diesmal. Und hier vertausche ich wieder die anderen zwei Zahlen. Und entweder vor der 3 oder vor der 1 tue ich ein Minuszeichen. Nehme jetzt hier bei der 1 ein Minuszeichen. Und rechne das wieder aus. 0 mal 4 plus 1 mal 3 plus 3 mal minus 1. Und das Ganze ergibt natürlich wieder 0. Damit können wir wieder unsere Parametergleichung aufstellen. An den Stützvektor ändert sich überhaupt nicht. Also, 1, 4, 5 von oben einfach mitgenommen. Und dann die zwei Spannvektoren. Also, 1 minus 3, 1. Und unser zweiter Spannvektor lautet dann 4, 3, minus 1. Und hier ist unsere letzte Beispielaufgabe. Wenn ihr diesmal die Koordinaten des normalen Vektors in der Ebenengleichung anschaut, links, dann solltet ihr erkennen, dass es dort zwei Nuller gibt. An dem Lösungsansatz endet das gar nichts. Deshalb legen wir los. Also, wir haben hier unseren normalen Vektor. 0, 0, 3. Und das müssen wir dann mit irgendeinem Vektor multiplizieren. So, dass wieder Null rauskommt. Dort gegenüber von dieser Nuller oder auf der gleichen Höhe wie die Nuller könnt ihr, was auch immer ihr wollt, für Zahlen wählen. Ich nehme jetzt jeweils eine 1. Und natürlich muss dann beim Multiplizieren auch noch die letzte Koordinate 0 sein. Deshalb muss hier unbedingt eine 0 sein. Zur Probe haben wir dann 0 mal 1 plus 0 mal 1 plus 3 mal 0 ergibt natürlich 0. Und genauso einfach ist es auch mit unserem Vektor V hier. Also, 0, 0, 3 mal. Also, wie gesagt, bei den ersten zwei Koordinaten, wo 0 gegenüber steht, können wir irgendwelche Zahlen nehmen. Ja, für die Vielfalt nehmen wir jetzt eine 3 und eine 2 hier meinetwegen. Und hier muss unten wieder eine 0 sein. Und damit haben wir 0 mal 3 plus 0 mal 2 plus 3 mal 0 ist gleich 0. Also können wir wieder problemlos unsere Ebenengleichung aufstellen. Den Stützvektor nehmen wir wieder von oben. 1, 4 und 5 plus S mal U. Vektor U hat die Koordinaten 1, 1, 0 plus T mal V. Und V hat die Koordinaten 3, 2 und 0. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr müsst natürlich alle möglichen Umformen beherrschen. Von egal welcher Ebenenform und egal welcher andere Ebenenform. Unter anderem auch Umformen mit Hilfe des Vektors und Skalarprodukts. Aber auch Umformen von den Koordinaten normalen bzw. Parameterformen. Das ist dann eine interessantere Sache. Sowie alternative Umformungen die es noch gibt. Zum Beispiel mit Hilfe lineare Gleichsysteme. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen und auch anderen Themen aus der analytischen Geometrie findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht.